Musik Unsere Geschichte Das ist die Geschichte von Hauptsächlich der Ölkelnehmern, die in den Jahren 1922 bis 1927 von Kanada und Mexiko, hauptsächlich, wären ihre Friede mit ihren eigenen Schulen zu haben in Kanada geändert worden. Ungefähr 7000 von unsermannieten verkauften ihr Land in Hisa, nehmen, was sie können, absaßen daartig eugenomene Sie mit, um einen Neuanfang zu machen, am großen Bestiehstuhl wie San Antonio de los Arenales, was von der Quotemoc Chihuahua in Mexiko heit. George Rampel, die schriever von dieser Geschichte, as in Mexiko geboren und abgewassen, haufto a 14 Jahre aus Schäule reihe deint, und haufe viele von dieser erfarungen mit erleift. Das war das erste Mal, was eine von unsermannieten, an der Geschichte selbst utstudiert, abschrift und wahrergeft. Das ist die Berge, Radio Saiha Pai Dei, der Plotische Radio Station in Elmer, Ontario. Ich Siehain Rampel, und ich wünsche Ihnen Gouden im Fang. Das ist die Geschichte Nummer 9 in der Artig. Das wird vertreilt, wie erst noch mehr, von dem großen Konflikt, wie in den Gummreifenräderbrücken, an den Traktas, an den oldkolonischen Gemeinden, besonders auf der Manitoba-Kolonie und Chihuahua. Und dann verteilt wir von, was Jakob A. Peters verteilt, von wo sie in Rheinland, Mexiko, mal mit einer Bibelstunde anfangen. Wir haben letztes Mal gerade noch vertelt, dass O. David Wieb 1951 in der Kronskarte-Zeug den Jugendunterricht geif. Mankt diese Jugend wären diesmal zwei, in den äldre Jungen, die sich zu der Dope gemalt haben. Bede wären alle selbstbüros geworden, und brauchten ihre Traktas nicht umreifenräder. Wenn die Dope für den Dope fast frühen einige von uns, Bräder, diese beiden jungen Männer, ob sie den Ältesten dort gesagt hatten, dass sie ihre Traktas mit Gummreifenrädern blöckten. Bede Männer behaupten, sie hatten um Isaac am Dick dort gesagt. Der eine verteilt mich dort ungefähr so. Um Isaac seht erst, wenn ich dort nicht ändern wollte mit meinem Traktor, dann würde ich nicht schaffen, dass ich gedäubt worden kann. Und dann seht ich, dort ist okay. Dann lasse ich mich bloß an der Wehr enteipen. Aber dann seht die Älteste, dort lebe ich nicht. Da wird sich noch Brot fangen, die zu teipen. Aus der Zündachwart, in Oberenhard Wiebe, die neue Mädälteste kam in Kronskarte, dort Dope fast zu holen, denn wir die geschlotene Mann waren an die Türke. Aber diesmal ging die neue Älteste an die Türke nähen, und bereits so lange mit dem geschlotten, dass er aus der Türke rütt ging. Und aus dieser rütt ging, gingen einige andere Männer mit einem Taupen rütt. Er hat die geschlotten versprochen, rütt zu gehen, und die älteste arm versprochen musste, dass er die Türke noch einkommen wurde. Nachdem die Älteste gingen, gingen sie nur dem geschlotten Hahn, und er ging mit mehreren Breitertäub aufzuhauen. Er kann viel vertellen, von was da geredet wird, und von was an die folgende Däu und Werken von dieser ganzen Sache geredet wird. Ob er all diese Unschrecklichkeiten umständlich zu vertellen, wird viel Zeit nehmen und vielleicht wenig halten zum Bitteren Verstehen. Einig will ich aber sagen, weil es ich glaube, dass das zum besseren Verstehen von der ganzen Sache helfen kann. Das ist doch fast, was uns die Älteste an dem Tag in Kranzgarten aufhält, dass wir sind erstes Mal, was er da ist. In den ganzen ersten zwei Männer, wo er da ist, wir in die zwei Männer, wo er all ihre eigene Gummreifen trägt als Hoden. Und er wird dem Ältesten da gefragt, ob er dort wisst, dass die ersten zwei Männer, die er geredet hat, ihre Gummreifenräder und ihre trägt als Hoden noch so bräuchten. Als dem Ältesten dieser Frau gestalt worden wäre, dann trug sein Gesicht ganz weit auf. Er sieht nichts, aber wir kriegen den Eindruck, dass er da wohl nicht wird angewiesen haben. Ob er nur diese zwei Männer, er eine wird, dann wirst du um Isak am Deck da an. Einige von der Gummreifen und der Gummreifen Die Bibelstunde 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 Und wenn Die Bibelstunde Die Bibelstunde Alla seien Die Bibelstunde